mit einem und ich muss ganz ehrlich sagen mir gefällt es sehr eben weil es mit diesem wunderschönen steuerwagen gespielt wird hoffe es wird sich jetzt gleich ich hoffe es wird jetzt gleich fertig geladen ja das kann sich ja eigentlich nur noch minuten handeln so wunderschön hallo kollege sie übernehmen jetzt die regionalbahn von köplitz nach wildau lassen sie zuerst die fahrgäste einsteigen bevor sie planmäßig um 14 35 abfahren können weitere informationen zum fahrplan erhalten sie in der einweisung 11 1 gute fahrt ja und damit würde ich sagen herzlich willkommen das ist die fachhochschule wunderschön wunderschön ja damit würde ich sagen herzlich willkommen zu dieser neuen folge hier öffnen wir mal die türen fahrradrichtungswender nach vorne verlegen das ist der pantograph der ist gehoben höhlt euch die ansagen hört euch die ansagen und es ist ein bisschen bevor es gibt es zu sehen ich würde sagen schauen es das mal wieder an Und der Schiff, und der Schiff, und zwar fahren wir nach Dildow. Kann ich das noch ändern? Nein, leider nicht. Versteht's, der Entzug ist jetzt gerade eingefahren hier. Wunderbar. Meine Damen und Herren, am Gleis 4, willkommen in Friedlitz-Hauptbahnhof. Ihre nächsten Reisemöglichkeiten. Regionalbahn nach Röder. Abfahrt 14.35 von Gleis 5. Regionalbahn nach Altenburg-Hauptbahnhof. Abfahrt meine Damen und Herren von Gleis 5. Bitte steigen Sie ein. Vorsicht bei den Türen und bei der Abfahrt des Zuges. So, Türen sind geschlossen, bzw. werden geschlossen. Das heißt, wir haben Ausfahrt. Erste Station, Könblitz West. Ups. 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 Oh, eine Köp, wunderschön. In wenigen Minuten noch erreichen wir den Bahnhof. Könblitz West. Ausstieg in vortrichtung rechts. Holla die Wallfeder. Szenario ist anspruchsvoll. Das habe ich jetzt schon gemerkt. Aber es gefällt mir sehr. Es ist der Grund, der schöne Szenario. Szenario istczein. Um, der Lantern von Gleis 6.35 von Gleisle. Hier ist es am Röder. Durch die Geräusche ist das einfach eine Trauma. So, wir öffnen die Türen. Schaut euch hier mal um, ob das nicht traumhaft. Wunderschön. So, wir haben Ausfahrt. So, scheinen alle Türen geschlossen zu sein. Und dann geht's los. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wunderschön. Wunderschön. Einfach nur wunderschön. 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 WDR 2021 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR 2021 Schön kütiert, damit ihr nicht normal genug könnt, äh, äh, zerbischt. Das wäre die Zwangsweg. Soooo. Soooo. Als nächstes kommt ein Marienwald, Marienbaum, Mariental und schließlich Willow. Soooo. 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 Sollen wir sehen, ob wir gleich grün bekommen. Wir warten auch hier. Was tun wir gut? apat der Gegenzug – wir lifted hier. Das war's. Oh, 60, 90 Was ist das? Wunderschön. Ich finde generell ein ganz süßes Szenario. Einzelnen Räuschen von damals, ein bisschen weichen Räuschen zugewaschen. So war es halt damals. Die Endwagen waren laut, aber sie waren schön. Wunderschön. In wenigen Minuten erreichen wir den Bahnhof. Warnigkeit, Schreck und Verdächtig, rechts. So. Oh, 60, das gibt es auch noch bergauf. Oh, eine kleine Kirnis. Hört durch den Sound an, wie geil ist das bitte? Wunderschön, wunderschön, ist doch einfach nur Trauma, das ist doch einfach nur geil. Der Bahnhof war aber ziemlich früh. Ziemlich überraschend da, wo ich um die Ecke gehe. So, aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. So, auf geht's. Also es ist ein Karriere-Szenario. Auf der Strecke Külblitzer Berg. Und das gefällt mir wunderbar, wunderschön. So, nächste Station. So, war Mietbauer. So, wir haben es geschafft. So, wir haben es geschafft. So, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. So, der 50. Und zack, 50. So, der 50. So, wir öffnen die Türen, dann schauen wir mal schnell. So, der 50. 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 Lange, lange Tunnelfahrt auf dem Weg nach Marietal. In wenigen Minuten erreichen wir den Bahnhof Mariental, Ausstreck und Fahrtrichtungis. Ja, das ist aber noch ein wenig früh, mein Freund. Du kannst hier mal gut reinhaben, so dass ich mal gut 3 km. Mal so. Es werde Licht, darüber werden wir auch noch schneller fahren. Da, da. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, wir eröffnen den vorletzten Mal die Türen im Mariental. Willkommen, FV Altenburg, Fußballverein Altenburg. St. Rudolf, ein wunderschönes Bier, das ist das Sekt, was sagt ihr, ist das hier? Bier oder Sekt? Bier, ne? So, was steht hier? Urlaubsangebot. Urlaubsangebote in Holland. Tourismusbüro. Kürtelzicke. Und denn, wir haben Ausfahrt. Letzte Station. Will ja auch. Goddard. POPF. Komm Saltil. Peter. POPF. 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 Es ist wirklich entspannt und wunderschön bei so einem wunderschönen Endwagen zu steuern. Statt bei modernen Züge, also ich muss ehrlich sagen, es ist traurig. Es macht einfach ein bisschen Spaß. 90 kmh, wenn er was gleich geschafft hat. In wenigen Minuten erreichen wir den Bahnhof Wildau. Der Zug enttort. Wir bitten alle Fahrgäste auszustellen. Wir fahren schon unseren Einzelgästen, die ihn wieder einmal so entscheiden. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Ausstrahl mit Verdächtnis. So 60 kmh, ich denke 50 kmh. Wir fahren mal bei 50 kmh. Die Bahnhof ist in der Zeit. Wir fahren nämlich der Ende 50 kmh. Der ist zwar 60 kmh. Der Bahnhof ist 60 kmh. Der Bahnhof ist 60 kmh. Der Bahnhof ist 60 kmh. nach Altenburg auf Bahnhof, die dort der Blitzabfahrt instilliert bis 20 von der Klinik wird überabschiedet, der handelt sich nach der Klinik-Stadtbeutel von 6.8. Wunderschön, wunderschön. So, das Wasser mit diesem Szenario und auch mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mal ein wenig, ja, altmodernes zu sehen. Und mir hat es sehr, sehr, sehr gut gefallen, dieses hübsche Szenario, mit allem, was das Herz begehrt. Die hübschen Mitgrünen im Kennwagen tun hier übrigens dazu. Und wie gesagt, es ist ein Karriere-Szenario auf der Strecke Köblitzer Berg. Nennt sich Regionalbahn nach Bildau, ist das vierte. Ihr seht es da oben, 04. Und ja, es ist von vorne bis hinten, von vorne bis Ende, wunderschön. Es hat mir sehr gefallen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen mal oben da. Wenn nicht, macht mir mal gar nichts. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Passt auf euch auf. Macht's gut, habt mal ein schönes Wochenende. Und ihr hört mich dann im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao, servus und tschüss. Euer Fedele-Spielers. Macht's gut. Bravo, Sie haben diese Fahrt erfolgreich gemeistert. Und können jetzt hinbekommen, um einen Kaffee oder Teefauber einlegen. Nächstes Szenario, wenn Sie dann in der Kleine Köpfe zwei Reco-Wagen nach Rossfeld, ja. Vielleicht kommt das dann im nächsten Video vor. Mal schauen. Ich habe euch den Verlust bekommen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, servus und tschüss. Bye. Bye. Ciao, servus und tschüss.